Ab morgen fange ich an, nächste Woche, nächsten Monat. Und wenn wir dann mal angefangen haben, dann haben wir es uns versprochen, wir fangen an. Aber wir lassen uns immer irgendwie ein kleines Hintertürchen offen. Dann zeigt die Waage mal nicht das, was man will. Ja, und dann hat man ja einen Grund an, ja, es funktioniert ja eh bei mir nicht. Bei mir geht es halt nun mal nicht. Ich habe doch alles versucht. Wenn du aber jemand hast, der das richtig für dich individuell zusammengestellt hat, der dich vor allem an der Hand nimmt, mit dir gemeinsam geht, dann wirst du auch diesen Erfolg haben. Und das ist tatsächlich der Grund, warum 99% der Frauen immer wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen. Wie bei der Körperverwandlung, wir machen hier ganz schön was anderes. Herzlich willkommen zu unserem Video auf unserem Kanal. Heute gibt es bei uns ein Mindset-Video-Podcast. Mindset ist tatsächlich bei uns in der Körperverwandlung eine der wichtigsten Komponenten. Dein Körper, der wird sich, wenn du von außen irgendwas daran veränderst, indem du jetzt dich ins Studio quälst, irgendwelche Kurse machst, die die Kohlenhydrate runterstreichst und dann am Ende die Motivation verlierst nach einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und so wie du wieder in alte Fahrwasser kommst und dann dein Gewicht wieder aufbaust, wird dir von außen selbst die neueste Diätform, App, Shakes, irgendwelche Pillen oder beispielsweise dieses Osempic, was jetzt im Moment in aller Munde ist. Es wird dir nicht helfen, denn du fällst immer wieder zurück. Und was dich da dran hindert, darüber wollen wir heute sprechen. Ich hoffe, du hast Bock drauf auf eine Mindset-Folge bei uns und zwar bei der Körperverwandlung, dem Programm Deutschlands, mit dem es mehrere tausend Frauen bereits geschafft haben, in ihren Wohlfühlkörper zu kommen. Wenn du Lust hast auf diese Videos hier, dann vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren, leite es auch gerne weiter, teile das vielleicht mit einer Freundin, für die es auch interessant sein könnte und schreib mir gerne in den Kommentar, was du von diesem Video hältst. Ich lese mir nämlich jeden Kommentar durch und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Körperverwandlung Let's go! Also Mindset-Video heute und dazu erstmal so ein bisschen Grundkurs-Mindset, um es greifbar für dich zu machen. Ich habe eine Metapher für dich, die hat es in sich. Ich bin mir sicher, wenn du dieses Video schaust, du warst irgendwann schon mal in einem Sommerurlaub oder vielleicht planst du dieses Jahr auch einen Sommerurlaub. Vielleicht aber auch nicht, weil du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper und du auch noch nicht so richtig weißt, mache ich einen Sommerurlaub, Strandurlaub und so weiter. Wenn man einen Strandurlaub macht, ist es oft so, dass in den Hotels ein Thermostat ist. Ziemlich im Eingangsbereich kann man die Temperatur einstellen. Und jetzt warte kurz, es wird gleich für dich Sinn machen, warum wir jetzt erstmal über einen Thermostat sprechen. Für alle, die jetzt nicht so technisch tief drin sind, seht mir jetzt nach, ich habe Maschinenbau studiert und da ist es jetzt so, ich will euch jetzt kurz abholen. Ich verspreche, es macht gleich Sinn. Also, ich stelle das Thermostat auf 22 Grad ein und dann ist es so, sobald die Temperatur draußen ansteigt und das Hotelgebäude sich aufheizt, aufheizt, flippt die Klimaanlage, sobald die Temperatur beispielsweise bei 22 Grad eingestellt ist, im Zimmer auf 23, 24 Grad angestiegen ist, geht die Klimaanlage an und dann ist es so, dass quasi es losgeht und die Klimaanlage wieder auf 22 Grad runterkühlt. Das Ganze gibt es auch in kälteren Gebieten, dort funktioniert es dann mit einer Heizung. In dir drinnen hast du tatsächlich auch ein Thermostat für dein Gewicht eingestellt. Ja, genau. Du hast ein Gewicht, das ist in dir drinnen eingestellt. Und dieses Gewicht, diese Einstellung deines Thermostates, die kannst du verändern. Ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Du hast jetzt eine Thermostat-Temperatur eingestellt oder Thermostat-Gewicht eingestellt. Das liegt jetzt vielleicht bei 70, 80 Kilo. Einfach wähle für dich mal ein Beispiel. Stell dir das vor, du hast in dir drinnen einen Thermostat. So, und jetzt ist es so, jetzt machst du das Fenster auf und veränderst die Temperatur, die quasi da ist. Das Fenster steht für eine Diät. Also du machst Fenster auf, Temperatur verändert sich oder du machst eine Diät, nimmst irgendwelche Shakes, zählst seine Kalorienpunkte etc. Also du veränderst etwas im Außen. Also du machst das Fenster aus und etwas von außen kommt rein. Dann heizt sich der Raum ganz schön auf, wenn es draußen warm ist. Aber, Achtung, sobald wir das Fenster schließen, sprich die Diät aufhören vielleicht, oder die Methode zu Ende ist. Oder du vielleicht einfach den Mut verloren hast, weil es nicht in deinem Tempo funktioniert. Tempo, wichtiges Stichwort. Das muss auch immer stimmen, dass man auch motiviert bleibt. Und dann machst du das Fenster wieder zu. Und dann wird die Klimaanlage oder die Heizung, in dem Fall deine innere Einstellung, dein Mindset, wieder genau so den Raum temperieren, dass du wieder auf deine ursprüngliche Raumtemperatur, die eingestellt ist oder auf dein ursprüngliches Gewicht kommst, wird quasi wieder nachgeregelt. Das dauert dann ein paar Wochen. Bei der Klimaanlage geht das in wenigen Stunden, aber bei unserem Körper in ein paar Wochen. Und da ist der Hauptpunkt. Wie bei der Körperverwandlung, wir machen hier ganz schön was anderes. Natürlich werden wir ganz intensiv, ganz individuell auch schauen, wie Ernährung für dich und deinem Alltag funktioniert, sodass du sie wirklich mühelos umsetzen kannst und du wenig Energie und Kraft aufwenden musst, dass du diese Dinge machen kannst, damit du zum Erfolg kommst. Aber ich bin nicht ganz transparent, bringt am Ende auch nichts. Und ich bin nur daran interessiert, dass wir langfristig gemeinsam eine Veränderung bei dir schaffen. Und dazu müssen wir an deinem Thermostat ran. Und das ist das Thema Mindset-Coaching. Das ist so in aller Munde. Mindset bedeutet im Prinzip, wortwörtlich übersetzt, wenn du es jetzt mal bei Google eingeben würdest, dann würde herauskommen, Mindset bedeutet deine Denkweise. Und ja, deine Denkweise. Man könnte auch dazu sagen, Glaubenssätze oder Überzeugungen, die in dir sind. Oder auch deine innere Einstellung. Ich bin mir sicher, vielleicht fallen dir ja sogar noch ein paar weitere Synonyme dafür ein. Und die bestimmen tatsächlich, wie dein Thermostat eingestellt ist. Tony Robbins, der erfolgreichste Coach der Welt im Thema Persönlichkeitsentwicklung, der sagt, dass deine äußere Welt in deinen ganzen Lebensbereichen, deine aktuelle Situation, Grundlage sind, deine Glaubenssätze, also deine innere Welt. Du kannst also nach außen nur so schön strahlen, und das ist dauerhaft, wie quasi es von innen heraus scheint. Und wenn wir einen gesunden inneren Bezug und vor allem eine Balance haben, die du zu dir hast, dann ist es so, dass wir natürlich auch nach außen das Ergebnis haben. Jetzt kommt die Krux. Das Ganze ist natürlich so, dass wir eine gewisse Zeit, also einen Zeitverzug haben. Ich mache dir dazu einfach mal ein Beispiel. Mein erster Coach und Mentor, ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar, ich glaube mal, ob ich ein Foto hier einblende, von Armin, der hat mir einen Satz gesagt. Und ich habe den tatsächlich erst viele Jahre später verstanden. Ja, quasi wusste, die ganzen Dinge, die ich heute mit den Ladies teile, die wusste der unterbewusst und hat sie mir immer mitgegeben. Aber ich sage, manchmal ist es so, dass manche Dinge in uns so ein bisschen reifen müssen. Und ich will das jetzt einfach mal mit dir teilen und vielleicht ist es die Art und Weise, wie ich dir das jetzt erkläre, dass du verstehst, was es braucht. Also, er hat gesagt, lieber Andreas, als ich angefangen hatte, können wir jetzt mal hier noch ein Foto einblenden. Ich war sehr unglücklich, ich habe bereits dreieinhalb Jahre lang, habe ich jeden Tag trainiert, mindestens einmal. So sieht das Bild jetzt zwar nicht aus auf der linken Seite oder wie gesagt, vielleicht können wir es auch einzeln einblenden. Ich habe jeden Tag unglaublich viel gemacht. Ich bin nur mit der Tuberdose rumgelaufen. Alkohol habe ich vielleicht einmal im Jahr ein bisschen was getrunken. Aber trotzdem sah ich nach dreieinhalb Jahren immer noch nicht aus wie ein Fitnessmodel, was ich mir vorgestellt habe. Ich wollte immer so aussehen wie so ein Fitnessmodel, jetzt nicht wie ein Bodybuilder, aber wie so ein Fitnessathlet auf so einer Cover-Zeitschrift. Damals war das so meine Lieblingszeitschrift vor über 17 Jahren. Das war Muscle and Fitness. Hä, was machst du da? Ja, ich versuche Fett zu verbrennen. Was glaubst du? Ja, aber doch nicht so. Dafür kannst du doch einfach zur Körperverwandlung gehen. Die helfen seit über zehn Jahren Frauen schon dabei, dass sie in ihren Wohlfühlkörper kommen und das Ganze ohne Zungern und ohne einen Jojo-Effekt. Das ist Deutschlands Erfolgscoaching Nummer eins, wenn es ums Abnehmen geht. Also, ich weiß nicht, was du da machst. Hä, sowas gibt es? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, doch. Die bieten sogar ein kostenloses Beratungsgespräch an. Du brauchst dich da ganz einfach nur einzutragen. Und dann schauen die aber zuerst mal, ob du überhaupt auch passt für die. Denn die können nicht jeder Frau helfen. Das haben die ganz klar gesagt in ihrer Werbung auf Instagram. Also, so einfach ist das? Ja, dann mache ich das doch mal. Das war mein Ziel. Ich weiß, das ist jetzt nicht dein Ziel, aber bleib dran. Es lohnt sich. Diese Metapher, die hat es in jedem Fall in sich. Er sagte zu mir, okay, du ernährst dich jetzt heute genauso wie so ein Fitnessmodel. Okay? Und du trainierst auch so die ganze Woche über. Wird sich dann morgen, übermorgen oder nächste Woche irgendwas an deinem Körper verändern, wenn du das eine Woche machst? Also, das heißt, er hat über meine Handlungen gesprochen, die ich tue. Das heißt so, nein, es wird sich nichts daran verändern. Aber, wenn wir jetzt genau das tun, wenn was die Person, die das Ziel hat, tut, die an ihrem Ziel angekommen ist, wenn du das heute tust, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass du in drei Monaten, also in 90 Tagen, damals habe ich immer auch 90 Tage die Menschen betreut, heute machen wir das vier Monate lang. In der Regel, das ist so der Minimumzeitraum, mit dem, wo ich sage, da macht es Sinn, zusammenzuarbeiten. Dann ist es so, dann wird sich, wirst du deinem Ziel ganz schön nah gekommen sein. Vielleicht noch nicht ganz da, aber du wirst sehr nah dran sein. Flupp! Ich sah auf jeden Fall drei Monate später aus, schon, würde ich sagen, wie fast so ein Fitnessmodel. Ich hätte es vielleicht noch nicht aufs Cover gepackt von so einem Magazin, vom Body her. Aber, ich habe auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht und das in nur drei Monaten. Das heißt, was wir heute tun, was du heute machst, das wirst du morgen nicht sehen und auch nicht übermorgen und es kann auch manchmal ein, zwei Wochen dauern. Wenn du aber jemanden hast, der das richtig für dich individuell zusammengestellt hat, der dich vor allem an der Hand nimmt und mit dir gemeinsam geht, dann wirst du auch diesen Erfolg haben. Und das ist tatsächlich der Grund, warum 99% der Frauen immer wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückfallen. Denn sie haben nun mal nicht diesen starken Partner an der Seite, der auch, wenn mal ein bisschen die Motivation abfällt oder man frustriert ist, dann einen abholt und einem auch so ein bisschen den Glaube gibt, dass man das schafft. Und vielleicht auch dann das Expertenwissen hat und sagt, okay, pass auf, wir drehen jetzt daran, wir drehen daran und dann haben wir diese Ergebnisse. Ich bin ganz transparent. Es ist so, dass auch selbst ich nach so langer Erfahrung nicht immer direkt im ersten Moment den richtigen Griff habe dafür. Aber ich weiß eins, wenn ich die Chance habe, mich um jemanden zu kümmern und wir mit unserem ganzen Team, das ist unser Credo, das ist ein Wert von uns, wir tun alles, damit unsere Teilnehmerinnen den Erfolg haben, den sie sich wünschen. Und ja, also das ist einer der Fallstricke Nummer eins, dass dann quasi, wenn mal ein Ergebnis nicht so fortkommt oder manchmal auch ein Plateau erreicht wird, dass dann die Frauen aussteigen und sagen, und ich verstehe das auch, wenn ich jetzt die ganze Zeit was mache, aber es einfach nicht das Ergebnis bringt, ja, dann denkt man sich auch, warum mache ich denn das jetzt? Also, vielleicht ist es ja so für dich, dass du sagst, okay, macht Sinn auf jeden Fall, vielleicht sich jemand da an die Hand zu nehmen. Wenn du sagst, nee, ist es nicht so, dann will ich dir, noch was mitgeben, dass es sich für dich auch gelohnt hat, dass du jetzt hier in diesem Video oder in diesem Podcast einfach mal dran geblieben bist. Also, es ist folgende Sache wichtig. Die Dinge, die uns im Leben nun mal nicht so leicht fallen, das sind oftmals auch die, die unseren meisten stolz machen, die was wert sind. Und dann haben wir diese Korrelation, das Selbstvertrauen, Selbstwert und das Selbstbild. man kann zusammensagen, das ist unser Selbstbewusstsein, dass unser Selbstbewusstsein die wichtigste Eigenschaft von allen ist. Und eine der wichtigsten Eigenschaften, sage ich aus dem Grund, dass, wenn ich dir, beziehungsweise auch den Ladies, die zu uns in unser Coaching-Programm kommen, wenn ich denen was schenken dürfte, dann wäre das eine einzige Sache. Es wäre eine ganze große Portion, so quasi in der Willkommensmappe, die wir unseren Ladies schicken, dass ich da so eine geballte Ladung Selbstbewusstsein reinpacken würde. Weil oft sind es diese Dinge, dass wir uns immer wieder was versprechen, ab morgen fange ich an, nächste Woche, nächsten Monat und wenn wir dann mal angefangen haben, dann haben wir es uns versprochen, wir fangen an, aber wir lassen uns immer irgendwie ein kleines Hintertöschen offen. Warum machen wir das? 99% der Ladies, die bei uns sind, kennen das. Die nehmen es sich vor und dann warten sie eigentlich so unterbewusst, also jetzt nicht bewusst, dass sie das am Anfang schon sagen, aber die warten eigentlich auf ein Hindernis, das sie vom Handeln abbringt. Dann zeigt die Waage mal nicht das, was man will und dann hat man ja einen Grund, es funktioniert ja eh bei mir nicht. Bei mir geht es halt nun mal nicht. Ich habe doch alles versucht. Das sind die Dinge, wenn wir das dann abholen, abbrechen, dass das unser Selbstbewusstsein, das suchen wir dann unter dem Teppich. Das ist weg. Weil im Prinzip ist es genauso, wie wenn jetzt ein guter Freund zu dir sagt, ich mache jetzt was für uns, für dich und dann wird das nicht getan, dann verlierst du dein Vertrauen zu dieser Person. In dem Fall bist du diese Person. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir genau in diesen Themen auch im Thema Mindset die Hand ausstrecken und gemeinsam hier auch das Selbstbewusstsein mit aufbauen. Also, fassen wir bis hier zusammen. Wir haben einen Zeitverzug. Das heißt, nur wenn vielleicht jetzt im ersten Moment nicht das Ergebnis kommt, bleib auf jeden Fall dran. Wenn es nicht vorwärts geht, dann bleib trotzdem dran, such dir eventuell professionelle Unterstützung. Es geht bei jedem Menschen schwere Schicksalsschläge jetzt mal ausgeklammert, aber wir bei der Körperverwandlung, wenn jemand gewisse Kriterien erfüllt und ich glaube, du wirst jetzt nicht da dran geblieben jetzt, wenn du jetzt nicht gewisse Dinge schon mitbringen würdest, damit das Ganze klappt. Du bist also wissbegierig, hörst dir das hier an, überlegst, wo kann es bei mir hängen, dann ist es das erste Schritt, dran zu bleiben und vor allem nicht zu denken, nur weil es jetzt nicht so vorzichtbar ist, dass ich sage, okay, ich höre jetzt auf. Das ist das Wichtigste. Also das ist ein kleiner Mindset-Hack. Wie verhalte ich mich in dieser Situation richtig? Es geht nicht vorwärts. Ich weiß, das klingt jetzt verrückt, aber in dem Moment kann man sich freuen, weil es hat auch was Gutes. Ich denke, was hat es denn Gutes, wenn ich mich die ganze Zeit an was halte und dann sage ich, ja, du hast verstanden, dass die Art und Weise, wie du es aktuell machst, nicht zu einem passablen Ergebnis führt, mit dem du zufrieden bist und das vor allem nachhaltig ist. Das ist auch wichtig, das zu verstehen. Viele Frauen verstehen es nicht. Die fangen immer wieder mit dem Gleichen an, ob das jetzt Weight Watchers ist oder Kalorien ziehen, die fangen immer wieder damit an. Einstein hat gesagt, wenn ich immer wieder das Gleiche mache, aber ein anderes Ergebnis erwarte, ja, dann bin ich, das ist die Definition von Wahnsinn. Zweiter Step, der wichtig ist, den ich dir heute mitgeben will, ist das Thema Selbstbewusstsein. Wir bauen es auf, indem wir uns an die Dinge halten, die wir uns selbst versprechen. Selbstbewusstsein ist die wichtigste Fähigkeit von allen. Ohne Selbstbewusstsein ist Erfolg und Glück und Wohlfühlen im Körper, das ist überhaupt nicht möglich. Das ist nicht möglich. Weil wenn ich mir meines Selbst gar nicht bewusst bin, gar nicht weiß, ist das ein Erfolg oder ist das jetzt was, wo ich noch dran arbeiten muss, ich kann es nicht erkennen. Deswegen arbeitet man bei uns in der Körperverhandlung auch am Selbstbewusstsein. Wie man daran arbeiten kann, da gibt es verschiedene Methoden. Schreib mir doch einfach mal rein, ich will dir jetzt mal eine mitgeben und zwar eine Methode, um sein Selbstbewusstsein zu arbeiten. Sein Selbstbewusstsein besteht aus drei verschiedenen Standbeinen. Eins ist das Selbstbild. Wer bin ich? Dass man sich diese Frage mal schriftlich beantwortet, also wenn du was rausziehen willst und wirklich aktiv eine Übung möchtest, die wir auch mit unseren Teilnehmerinnen in unserem Coaching-Programm machen, gebe ich dir jetzt hier die Übung mit. Schreib dir mal auf, wer bin ich? Schrägstriche, wer will ich sein? Bearbeite diese Übung. Schreibe auf, wer bist du? Wer willst du? Beziehungsweise, wer willst du sein? Beginne mit ich bin. Überleg dir die Version deiner Selbst, die schon an ihrem Ziel angekommen ist. Wie ist diese Person? Wie lebt ihr ihr Leben? Was macht die? Was hat die für Charaktereigenschaften? Und das schreibst du dir auf. Wenn du dabei ein mulmiges Gefühl im Bauch hast, ist diese Übung genau richtig. Das nennt man eine Affirmation. Am besten ist es, du liest dir dann dieses Selbstbild in den Morgenstunden und abends durch. Wenn du wissen willst, warum gerade nach dem Aufstehen in den Morgenstunden oder abends vorm Schlafen gehen, schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde diese Frage dann in einem der nächsten Videos bearbeiten. also für heute würde ich sagen, es ist gut, war auf jeden Fall intensiver Mindset-Talk hier. Ich weiß, ich habe das Thema nur an der Oberfläche jetzt angeschnitten. Ich kann sehr, sehr gerne mehr Videos machen und dann schreib mir mal rein, was sich für Fragen aufgetan haben jetzt bei dir und wenn du bei uns eine Stoffwechselanalyse machen möchtest, die ist kostenlos und unverbindlich, dann packe ich dir auf jeden Fall mal einen Link hier unten ins Video rein. Darfst du mir sehr gerne einfach mal ausfüllen und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, wir sehen uns im nächsten Video. Körperverwandlung. Melde dich. Mach mit. Hol dir den Körper, den du verdienst. den du verdienst. Untertitelung des ZDF, 2020